Eis geht immer liebe Wending Machine Freunde der perfekte Tag heute ist es trocken es wird wahrscheinlich auch noch schönes Wetter geben und dann laufen die Maschinen und heute stelle ich euch mal an einer Milchtankstelle hier in Saterland an der Ostermoorstraße von der Familie Rauert die neue Eismaschine vor ich würde sagen wir füllen erstmal langsam hier unsere Boxen bevor wir uns die Eismaschine genauer angucken ab geht's nach dem Intro erstmal schön dass ihr hier angeschaltet habt herzlich willkommen bei Onkel Kramer und ja Eisautomaten es gibt ja verschiedene was auf jeden Fall hier haben sie da randaliert die kleinen Säcke beim Eisautomaten ist es so wenn das ganze mit Spirale läuft und Tiefkühlung das haut nie hin ihr könnt euch ja mal zahlreiche Videos aus Amerika angucken wir haben immer Probleme Temperaturprobleme und da gibt es auf jeden Fall eine richtig coole Erfindung wie man das quasi umgehen kann und das ist der Staubsaugrüssel könnte man sagen Eis geht auch im Winter und wir wollen jetzt erstmal Automaten noch füllen und dann sehen wir uns gleich beim Eisautomaten ich sitze hier direkt an der Quelle das hier ist die Milchtankstelle von der Familie Rauert und die wollen wir natürlich heute mal genauer angucken ein bisschen spionieren ist keiner da hoffentlich erwischt mich keiner das waren hier in der Gegend einer der ersten die überhaupt Verkaufsautomaten hatten und mega geil auf jeden Fall gehen wir mal kurz rein und schauen was hier was es hier alles gibt hier sehen wir erstmal regionale Produkte Milch und Eier und allmöglichen Kram wirklich cool alles im Regiomaten drin und der läuft hier auch wirklich gut und wird gut angenommen gehen wir mal gehen wir mal rein also hier kann man Milch zapfen das hier ist die eigentliche Milchtankstelle und hier gibt es frische Rohmilch besser geht es gar nicht mach mal kurz hier einmal hier das sind die beiden denen das hier gehört und ja hier kann man Kartoffeln kaufen hier gibt es übrigens den neuesten auch der läuft richtig gut bei denen der Kaffeeautomat macht eine super geile Vanillemilch also jeder der mal hier in der Nähe ist der sollte mal vorbei kommt mega cooles Ding sogar mit Display drauf mit Bildern und alles also wirklich eine richtig schöne Geschichte aber weswegen sind wir hier eigentlich ja wegen dem Eisautomaten und der steht hier vorne pass auf also richtig cooles Teil sieht so ein bisschen aus wie eine amerikanische wie so ein amerikanischer Kühlschrank auch hier das Design richtig schön foliert mit einem leckeren Eis drauf also hundertprozentige Geschichte Tastatur ist sicherlich auch beleuchtet so wie es aussieht oben haben wir ein Display aber das haben alle Displays bei Sonnenschein sieht man nicht viel bitte Geld einwerfen und die Uhrzeit steht hier so von innen drin ist es aufgebaut hier ist ein Saugrüssel und unten ist eine Tiefkühltruhe drinnen und ich würde sagen wir investieren mal eben Geld rein zack hier verschiedene Eissorten ich glaube ja das ist auch beleuchtet also die Eistafel ist beleuchtet und wir nehmen uns mal C1 C1 ist Spaghetti Eis Erdbeerbecher so was passiert die Truhe geht auf jetzt kommt der Saugrüssel da oben ich hoffe man sieht das nicht dass sich alles so sehr spiegelt jetzt geht der Staubsauger an jetzt fährt das ganze runter das ist so geil und zack die Truhe geht wieder zu und der Rüssel fährt wieder zurück bei den ersten Maschinen die man so online sieht ist oben nur ein Stromkabel und unten hängt so eine Art kleiner Stabföhn dran also ein Staubsauger der da unten reingeht das haben die jetzt aber verbessert und da ist jetzt so ein richtiger fetter Vakuum Schlauch drauf und vorne ein Gummirüssel der das Eis dann greift ja wie sieht das mit solchen Eis aus hier mit Nogger oder wie heißt das jetzt geht die Truhe wieder auf sucht genau haha dass er das Fach so trifft ne genial er saugt das Eis an zack da ist es der schöne wir haben gesehen gerade eben ein Eis ist schon ausverkauft bei dem schönen Wetter gar kein Wunder und er merkt er weiß wie viel Eis drin ist das heißt er saugt nicht irgendwie ins Leere oder die ganze Truhe hoch also das ist eine wirklich coole Geschichte was bei den Nächthangstellen ja mal cool ist man kann sich hier schön ausruhen hier guck mal die Kinder haben schöne Bilder gemalt hier und aufgehangen mega cool und im Sommer ist hier richtig der Bär los also ist sowieso immer viel los aber hier kann man das ist wie eine Raststätte im grünen könnte man sagen also richtig coole Geschichte das war's vom Risto Eisautomaten ich hoffe euch hat der kurze Ausflug gefallen ihr könnt ja mal vorbeigucken wenn ihr hier in der Nähe seid im Saterland Oster Moorstraße genaue Adresse haue ich unten mit in die Beschreibung rein und den Link zur Box natürlich auch ansonsten würde ich sagen bleibt sauber ordentlich und anständig und ich hoffe dass ihr nicht so viel Eis esst sonst seht ihr bald so aus wie ich ne macht's gut Ciao euer Onkel Kramer